Ja, meine HSV-Freunde. Ich bin mal von Hamburg aufgebrochen nach Rutenburg. Das ist ja ein Nest. Da möchte ich nicht begraben liegen. Und jetzt bin ich vom Wachtelhof. Das sieht ja aus wie ein altes Schloss. Da kriegst du erst ein Zimmer, wenn du 85 bist. Aber Spaß beiseite. Die Jungs sind hier. Ich habe noch keinen gesehen hier. Aber ich nehme an, dass ich da irgendwas nachher sehe, wenn sie einsteigen im Bus. Die machen ja hier ... Das Ding ist ja abgeschirmt, als wenn wir hier die Goldreserven liegen haben. Aber wie gesagt, Peter hat ja ein Sitzfleisch hier. Gut, ich bin ja mit meinem Auto hier gefahren, diesmal ohne Fahrrad. Da waren wir doch zu weit. Aber sonst ist ein Rutenburg. Ich habe das gar nicht ... Das habe ich noch nie gehört. Aber sie fühlen sich hier wahrscheinlich wohl. Und ihr wisst ja, ich habe ja schon mal in Malende den Geist gesucht und gefunden. Und wir haben das Glück gehabt in Karlsruhe. Das wisst ihr ja auch. Deswegen bin ich hier. Ich hoffe, dass ich da noch was zu tun kann, dass wir die Klasse halten. Ich hoffe das. Schade, das Pernisspiel, das ärgert mich. Den hätte ich noch mal so ein Ding gegönnt. So Jungs, dann machen wir erstmal Schluss. Meine Tipps kommen daher direkt hier aus Rutenburg. Alles klar. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.